Hallo und ein herzliches willkommen zurück, meine lieben Freunde hier zu dem Community-Projekt Warum zockst du? Ja, ein weiterer Part kommt online und wer heute dabei ist, werde ich euch gleich zeigen, was er mir eingesendet hat. Es ist ein alter Kollege, den ich schon länger kennt, mit dem ich schon länger Kontakt habe. Cooler Typ, natürlich seinen Kanal auch besuchen und in der Videobeschreibung gleich als erstes schaut bei ihm vorbei. Abonniert den, liked den, er ist ein bisschen größerer YouTuber, über 1000 Abonnenten. Cooler Typ, hat auch ein bisschen mit seiner Community-Projekte gestartet, von daher schaut mal bei ihm vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, ich hoffe ihr macht es auch, würde mich sehr freuen. Teilt auch das Video, geht auch auf die anderen Warum zockst du? Videos. Und natürlich könnt ihr auch mitmachen, wenn ihr Bock drauf habt, einfach ein Video machen, mir zuschicken. Ihr könnt mir auch schreiben, dass ihr mitmacht und mir ein Video schickt, damit ihr schon Bescheid weiß. Einfach auf Skype enden und mich anschreiben, ich beiße auch nicht. Also von daher, macht das einfach, habt echt Bock drauf, wenn da noch mehr mitmachen und ich noch mehr solche Videos raushauen kann. Von daher, macht ein Video. Warum zockst du? Beantworte die Frage, auch das Bewerbungsvideo ist unten in der Videobeschreibung, einfach draufklicken. Gibt noch zwei weitere Fragen, wenn ihr das Video in die Länge strecken wollt. Von daher, macht das einfach. Und ja, ich hoffe ihr habt viel Spaß bei diesem Kollegen. Von daher, genießt die Vorstellung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo zusammen, mein Name ist Rickon. Und zwar willkommen zu einem Video, Warum zockst du von dem lieben EasyStyle? Das ist ein neues Projekt auf seinem Kanal. Und da sollen wir dann sagen, warum wir zocken oder einfach unsere Emotionen in meinen Worten ausdrücken. Warum zocke ich? Warum liebe ich zu zocken? Zocken verbindet so viele Menschen. Sei es im Internet oder wenn man Retro sammelt, so wie ich zum Beispiel. Ich zocke zum Beispiel viele alte Sachen auf der Super Nintendo, Nintendo 64 oder auf der Playstation 4, Playstation 3. Ich liebe es einfach. Warum ich dennoch zocke? Weil mir diese Spiele einfach richtig Spaß machen. Sei es FIFA, jedes Jahr irgendwie das Gleiche, aber trotzdem flasht es mich irgendwie wieder. Wrestling liebe ich, Football, einfach zu geile Spiele. Man muss nicht immer nur die neuen Sachen zocken, sondern wie oft zocke ich Nintendo 64 und Mario Kart oder Super Mario, Mario Party 1, 2 und 3. Hammer Spiele. Ich finde, zocken verbindet sehr viele Leute. Und jetzt nochmal ein Schlusswort. Danke EasyStyle, dass ich dieses Video für deinen Kanal und für meinen Kanal machen durfte. Danke, dass du es bei dir hochlädst. Du bist der Beste. Ich danke dir. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.